Rezo ist in meinem Geschichtsbuch. Dann kann sowas passieren. Oh mein Gott! Geil! Da ist irgendwas ganz grob schiefgegangen. Ich guck mir so gern Frauen an. Oha! Nee! So, wir sind live. Aufregend. Die liebe Fiona ist am Start. Prost, du Sack. So, wir gucken jetzt einfach TikToks. That's it, du musst... Kann ich... Lonely Ach, krass! Sie hat, äh... Helium. Helium. Krass. Okay, das ist ein krasser Move. Ja. Rezo ist in meinem Geschichtsbuch. Alter. Rezo, Karikatur von R. Okay, das ist weird. Ich krieg hin und wieder solche Sachen zugeschickt. Aber auch, dass ich... Und das finde ich viel cooler eigentlich. In so Uni-Vorlesungen... Ja. ...komm ich regelmäßig vor. Das ist schon nice. Das ist nice. Das hat was. Doch, das hat was. Okay, ready? Oh ja, das bin ich. Was ist denn da schiefgegangen? Da ist irgendwas ganz grob schiefgegangen. Bei anderen, eine grobe Gräb fällt selbst hinein. Ja, so ein bisschen, ne? B-C-Z-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Ich finde es einfach cool, wie cool Leute sein können. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass ich nicht so cool bin. Guck mal, wie cool er einfach ist. Das stimmt und ich vermisse immer meine Tanzzeit. Ich habe Hip-Hop und Ballett getanzt und beides aufgehört. Und das tut immer noch im Herzen weh, wenn ich Tanzvideos sehe, muss ich sagen. Sam, warum bist du immer so happy? Ist so, Sam, sag mal. Ja, okay. War da jetzt wieder ein Witz, den ich nicht verstanden habe? Ja, okay, dann war da ein Witz, den du nicht verstanden hast. Guck noch mal genau hin. Okay, kannst du jetzt verstehen, warum sie immer so happy ist? Ja, der Satisfyer, der Satisfyer, ja. Ja, der ist totaler Trend, ich weiß. Ja, und das Kabel geht total schnell kaputt, der letzte Trick. Ich persönlich... Ich habe schon zwei Kabel kaputt bekommen, ich sage es nur. Das Ding ist, also ich finde, der Nachteil am Satisfyer ist, es bietet sich nicht primär dafür an, es zusammen als toll zu benutzen. Weil wenn du nur ein bisschen verrutscht, dann ist schon alles scheiße. Und es gibt andere Sachen, die da deutlich, deutlich besser sich für anbieten. So, dann kann sowas passieren. Das war der Sound, den der Satisfyer macht. Dann musste ich beim Flaschendrehen den einen aus der 9a küssen. War doof, aber bin ja kein Angsthase. Oh, Flaschendrehen, Beste. Ja, die anderen Lehrer, ja, auf der Klassenfahrt. Ja, okay. Ja, war ein guter Twist. Klassenfahrt, Beste. Das ist mein Ding. Das fühle ich jetzt gut. Du meinst, das Teasen ist dein Ding oder was davon ist dein Ding? Oh, zwei Frauen und die kommen sich näher und die gucken sich so schön an. Das ist schön, wenn Frauen sich das schön angucken. Ich stimme dir zu. Ich gucke mir gerne Frauen an. Ich gucke mir so gerne Frauen an, ja. Du bist der dahinten. Genau, ich... Ja, das ist dein Blick, ja, was? Was geht da? Ja, das ist mal clever. Hä, das finde ich schon cool. Wobei ich auch nicht weiß, wer jetzt freiwillig rückwärts fahren würde. Verstehe ich. Er beim ersten Date. Ich stehe auf Frauen, die nicht direkt zeigen, was sie haben. Also so eine wie mich quasi. Ich wäre perfekt. Das ist auch ganz weirde Aussage. Die nicht direkt zeigen, was sie haben. Weil wenn du verschleierst, was du hast, dann ist das gut. Keine Ahnung, Alter. Is a work of all. Boah. Boah. Meinst du, der macht das schon so ein, zwei Wochen? Ich glaube, der hat das schon saved. Ich glaube, sogar drei Wochen gemacht. Ich glaube, sogar drei. Aber das Beste an dem ganzen Video finde ich den Typen, der mit diesem Board da durchfährt. Und dann kommt der mit seinem Board. Was? Das ist eigentlich das Coolste. Baby, you hungry? Was? Say yeah. Geil. Aber ich liebe Katzen. Was? Alter. Ja, Katzen sind auch krass. Katzen sind von einem anderen Planeten. Ich sag's dir. Schon sehr süß. Wie heißt das nochmal? Das ist wieder so eine Thirst Trap. Achte. Achte. Ah, Thirst Trap. Ich seh's schon. Richtig. Hätte ich auch gern. Die meisten denken ja immer, ja, die romantisieren das dann. Die sagen dann immer, ja, also hier boxen sich jetzt die Rammler um die Gunst der Hesen. In Wahrheit ist es wie folgt. Die, die sich da boxen, das sind nicht die Rammler. Die, die da boxen, die richtig die Fäuste fliegen lassen, wo die Wolle fliegt, das ist die Hesen. Die Hesen boxt sich mit jedem einzelnen Rammler. Und der Rammler, der der Hesen am besten in die Fresse dröscht, den nimmt die. Am besten in die Fresse dröscht. Das hat der schon geil gesagt. Am besten in die Fresse dröscht, den nimmt die. Den nimmt die. Ich poste etwas auf Insta, damit er es sieht, okay? Dieser Typ, der auf jede meiner Insta-Stories antwortet. Bin ich wieder, hallo? Ich habe da auch so Leute, die reagieren auf jede meiner Storys mit einer Flamme, auch wenn ich halt irgendwas Trauriges, was Diebes, was... Völlig egal. Einfach Flamme. Einfach Flamme poste, einfach geil. Immer Flamme. Another challenge for you and our other new Healthy Brain Club members. Touch your nose, touch your opposite ear and switch them. Warte, so? Ich bin jetzt schon überfordert. Boah. Boah, Junge, das f*** ich in meinem Kopf. Das ist krass, ne? Das ist schon krass. Kindheit ruiniert. Nee. Und sowas haben wir früher angeschaut. Okay, der letzte war schon hart. Also das ist schon... Ein bisschen den Arsch kitzeln. Warum aber Nono auch? Nono, der Staubsauger. Warum Nono bei Po am... 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 Wo war das eigentlich? Fertig, die Arschkitzel. Okay, wir versuchen. Okay, das ist was ich habe. Das lautet aber am lustigsten. See. Ich wollte das aufmachen. Wie sehr sie sich freut. Ist das schön, was ihnen Spaß hat. Ich finde aber Furzgeräusche gehören zu den lustigsten Sounds, der Mensch die Körper machen kann. Das muss man schon ganz klar sagen. Wer nicht über Furzgeräusche lacht, der ist mir suspekt. Muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle. Ich kannte mein Mädchen in der Schule damals, der hat gesagt, ich finde Furzen voll ekelhaft. Ich habe noch nie gepupst. Klar, die noch nie gepupst. Dachte so, Alter, wo geht denn das bei dir hin? Du musst immer alles rauslassen. Ist wichtig. Schon nice. Schon sehr schön. Der Song ist aber natürlich auch für Dinkin Park-Fans. Der Song ist schon killer. Einer der absolut zeitlosesten Songs. Birds Ears are all pretty much in the same spot on their heads. They don't have any external... Das habe ich auch noch nie gesehen. Oha! Ruf mal Papa, du Loser. Papa, Loser! Gibt kein Liesentor bekommen. Ja. Papa, du Loser! Papa, Loser! Du musst weiter rufen. Papa, du Loser! Oh, süß! Schön. Ach, herrlich. Schon sehr, sehr sweet. Wir sind durch mit TikTok. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wirklich. Ja. Es war der erste Twitch-Stream für die liebe Fiona. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss! Tschüss!